Das Reitsport-Event ist im vollen Gange, nämlich erst in Woche 2 von 4, aber schon jetzt kann ich hier dieses Video machen, wo ich mit euch so ein bisschen darauf eingehe, welche Dinge ihr auf keinen Fall beim Reitsport-Event verpassen solltet, da sie für mindestens ein Jahr dann nicht mehr verfügbar sind, vielleicht sogar gar nicht mehr verfügbar sein werden direkt danach. Also willkommen zu diesem Video von allen Dingen auf dem Reitsport-Event 2024, die ihr dieses Jahr unbedingt mitmachen solltet und nicht verpassen solltet. Fangen wir an, wo könnt ihr auf dem Reitsport-Festival eigentlich überall Dinge tun? Ihr könnt einerseits hier im Moorland und wenn ihr Starrider seid, auch beim Jorvik-Stall dann noch gewisse Aktivitäten machen. Einige kommen noch dazu, unter anderem wird noch diese Woche dann das Sabinerennen im Moorland reinkommen, was eine völlig neue Story-Sache ist. Wir werden einerseits die Sabine-Story haben, die dann weitergeht und wir werden damit verbunden auch das erste Mal das Sabinerennen haben. Das wird natürlich nächstes Jahr dann wiederkommen, aber wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann solltet ihr das auf jeden Fall dieses Jahr noch mitmachen. Dinge, die auf jeden Fall für ein Jahr nicht mehr im Spiel sein werden, sind die ganzen limitierten Pferde. Ob davon einige vielleicht doch irgendwann mal nicht mehr wiederkommen, kann man nicht sagen. Starstabler hat für alle gesagt, dass sie zumindest nicht gehen werden. Sie haben es zumindest nicht gesagt, dass irgendein Pferd dieses Jahr das Spiel verlassen wird. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie nächstes Jahr wiederkommen. Aber ob die Rabatte wiederkommen, das können wir nicht sagen. Es kann also sein, dass diese gerade die 40% reduzierten Sachen nächstes Jahr wieder zum Vollpreis drinnen sein werden. Also ob sie 40% reduziert sein werden, kann man hier wirklich nicht sagen. Aber ich empfehle euch, gerade diese Sachen solltet ihr euch auf jeden Fall dann mal überlegen, ob ihr nicht vielleicht das eine oder andere davon haben wollt. Dinge, die aber definitiv schon eher auf der Abschlussliste sind, sind diese ganzen Markenhaustiere und vor allem die reduzierten Sachen. Sei es jetzt hier das Pflegeset oder sei es jetzt hier die Haustiere, die es für Marken gibt. Da kann man nicht sicher sein, ob die auch im nächsten Jahr wieder reinkommen werden. Bei den Pay-Sachen ist das so ein bisschen was anderes. Bei den Haustieren, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, da muss man jetzt zuschlagen. Da würde ich jetzt eher sagen, nehmt davon lieber Abstand, weil die Sachen sind recht teuer dafür. Dass es eigentlich alles nur Recolor sind. Aber bei den Markensachen solltet ihr unbedingt zuschlagen. Denn da habt ihr für wirklich wenig Marken eine coole Auswahl. Und natürlich wichtig ist hier die Frisuren, schrägstrich auch die neuen Make-ups. Sei es jetzt eben das, das Sommersprossen-Make-up, was ich auf jeden Fall euch empfehle hier mitzunehmen. Da es halt doch das einzige Mal ist, wo ihr hier diese Möglichkeit dazu habt. Und natürlich auch diese Dutt-Frisuren, die natürlich zwar recht viele Schillinge kosten, aber für ein Jahr lang die ganzen Sachen nicht mehr zu haben. Gerade wenn ihr Bock habt auf so eine Frisur, solltet ihr euch auf jeden Fall die Gedanken machen, eben ob ihr nicht dann hier eine von den Frisuren haben wollt. Gerade bei den Make-ups, die wirklich nicht sehr teuer sind, würde ich definitiv zuschlagen. Gerade auch bei dem Sommersprossen-Make-up habe ich hier zugeschlagen. Das Sommersprossen-Make-up finde ich nämlich ziemlich cool. Da habt ihr hier dieses, da seht ihr diese Sommersprossen. Und das sieht eigentlich wirklich richtig cute aus. Und vor allem für 2000 Schillinge ist es eigentlich eine echt faire Sache hier. Generell natürlich die Sachen mit den Markenshops. Die neueren Sachen, die im Markenshop drin sind, da ist eigentlich nie so das Risiko, dass die Sachen mal gehen. Aber gerade bei den älteren Sachen, da solltet ihr definitiv überlegen, ob ihr da zuschlagt. Weil ihr seht, wir haben die Sachen vom letzten Jahr drin. Aber diese ganzen Sachen mit den Retro-Sachen ist zwar noch teilweise beim Jorvik-Stahl. Aber ich würde hier sagen, wenn euch was von den älteren Sets gefällt, solltet ihr da euch bei den Marken definitiv die Gedanken machen, ob ihr da euch eben etwas holen werdet. Die anderen Sachen beim Event sind jetzt nicht so relevant. Die Sachen, ihr habt jetzt natürlich hier nochmal bei den anderen Shops Sachen drin. Aber die werden großteils natürlich wiederkommen. Wir haben hier ein paar Sachen, die eigentlich eher nur Recolor sind, auch so das Jeans-Set. Das werde ich mir zum Beispiel auch noch holen, jetzt über die Zeit, die ich jetzt noch mehr Schillinge verdienen werde. Aber wo ihr eher euch so Gedanken machen solltet, ob sie für euch relevant sind, sind eher immer so diese klassischen Sachen. Weil die nimmt da dasselbe gerne mal raus. Wir haben jetzt hier doch bei den Sachen halt immer die ganzen neuen Shops drin. Und die klassischen Sachen sind dann immer eher die Sachen, die unten sind. Und hier zum Beispiel bei den Sachen, wo ihr so diese alten seht, die Sachen sind dann eher da auf der Abschlussliste. Wir wissen nicht, ob dann bis dahin nächstes Jahr nochmal irgendwas an den Charakteren gemacht wird. Also generell bei den Sachen solltet ihr euch dann eher die Gedanken machen, ob ihr davon euch nicht was holen möchtet. Nächste Woche, besser gesagt in den letzten Wochen, kommt ja dann auch noch der neue Raptor. Und die Scott Buttercup Quest, die wir hier auch schon angedeutet sehen, sehen wir auch noch. Und es kommt noch die Müllmaschine zum Mülleintauschen. Also macht euch da auch auf jeden Fall noch so Gedanken, ob ihr euren Müll ja nicht in Marken umtauschen wollt. Die Müllmaschine wird hier auch noch in den letzten Wochen dann eben stehen. Wenn ihr Star Rider seid, könnt ihr natürlich auch bei einem anderen Shop noch zuschlagen, der sich definitiv lohnt. Und der ist dann aber nur im Jorvik-Stall, also der ist dann nur in der Jalaheim-Region zu finden. Und da findet ihr dann auch noch so diese ganzen klassischen Sachen. Also generell solltet ihr unbedingt auch die Sabine-Quest mitmachen, denn die wird aktuell jedes Jahr wiederholt. Also alles, was ihr jetzt macht bei der Sabine-Quest, bekommt ihr im nächsten Jahr nochmal for free. Das heißt, ihr könnt diese ganzen Sabine-Items, wenn ihr mögt, dann nächstes Jahr eben wieder verkaufen für Schillinge und so weiter. Und gerade dieser Shop hier, da lohnt es sich auf jeden Fall rein zu gucken. Denn da seht ihr, hier haben wir die ganzen richtig alten klassischen Sachen. Also diese Sachen hier lohnen sich auf jeden Fall. Und gerade bei den Unterracern ist natürlich auch dieser Pullover hier sehr beliebt. Und auch von diesen klassischen Items, da solltet ihr euch auf jeden Fall Gedanken machen. Denn diese Sachen hier sind dann doch schon so von den Retro-Sachen eher auf der Abschussliste. Generell, wenn ihr gerade auch noch vielleicht eine Pause gemacht habt, solltet ihr auch die Hue-Sache vielleicht euch überlegen. Denn da könnt ihr nochmal schnell euer Pferd direkt wieder auf den grünen Smiley bringen. Das ist aber natürlich keine Sache, die jetzt hier wirklich Relevanz hat in diesem Video. Und was ihr auf jeden Fall noch berücksichtigen solltet und nicht verpassen solltet, ist das Gratis-Haustier. Und die Gratis-Schleife, denn die kommt erst in dieser Woche, nämlich hier bei der Baroness. Und die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, denn die hier werdet ihr dann auch direkt verfügbar. Und solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und wenn ihr nämlich nur, wenn man kurz vielleicht das Ganze spielt, dann auf jeden Fall mitnehmt. Ressort zum Beispiel ist jetzt nicht so relevant, dass ihr die ganze Sache mitnehmt. Denn das wird ja sowieso permanent ins Spiel implementiert werden. Das sind so die ganzen Sachen, die ihr noch machen solltet. Wenn ihr das Reitsport-Event vielleicht jetzt noch nicht so irgendwie durch habt, noch nicht so was drin gemacht habt. Natürlich könnt ihr hier noch so ein bisschen eure Aktivitäten nutzen. Wenn ihr vielleicht Bock habt auf ein paar schöne Videos, ein paar schöne Fotos oder sowas. Könnt ihr hier auch bei Andy noch so ein bisschen die Tiere streicheln. Gibt ein paar ganz schöne Möglichkeiten, die ihr hier machen könnt. Und so als Abschluss, was eine Sache auch noch ist, die ich euch definitiv empfehle. Gerade wenn ihr Bock habt auf schöne Edits, schöne Videos, schöne Bilder. Dann macht noch mit euren ganzen Outfits zusammen einen richtig großen Nutzen aus dem Greenscreen. Denn Star Stable hat keinen dauerhaften Greenscreen im Spiel. Und deswegen solltet ihr unbedingt vielleicht noch ein paar schöne Outfits nutzen mit dem Greenscreen. Denn Star Stable hat gar nicht so oft den Greenscreen drin. Denn definitiv haben sie den nur bei ein paar Events drin. Und gerade im Winter-Event ist doch diesen Winter-Effekt, der so drüber ist, der Greenscreen nicht so gut zu nutzen, da er im Winterdorf ist. Also dieser Greenscreen hier, der ist gar nicht so oft da. Der ist eigentlich nämlich nur bei der Sache hier wie beim Reitsport-Event da. Oder vielleicht nochmal bei einem anderen Event, was hier in der Region ist. Aber der ist gar nicht so oft da. Also nutzt das ruhig und gut aus, um noch ein paar schöne Bilder von eurem Charakter zu machen, bevor das Ganze hier weg ist. Und ich bin super Fan davon und hoffe, dass Star Stable irgendwann mal einen Greenscreen permanent ins Spiel implementiert. Weil das eine Mega-Erleichterung für Content-Creator ist. Aber ich sage erstmal Danke fürs Zuschauen und hoffe, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte. Bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß auf dem Reitsport-Event 2024. Bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß auf dem Reitsport-Event 2024.